Inspiration in meinem Leben gibt mir zum Einen meine Mama, einfach aus dem Grund, dass sie mir eigentlich schon so klein auf die richtigen Werte vermittelt und zum Anderen Linze Wan. Was einfach das Sportliche betrifft, habe ich mir einfach viel abschauen können. Dass sie ein Sport ist, der sehr Männerdominant ist, hat sie versucht, sich immer schon ein Wort zu verschaffen und sie hat sich einfach aus vielen Verletzungen zurückgekämpft und der Weg von ihr hat mich einfach sehr inspiriert. Also mich inspiriert meine Oma. Es gibt glaube ich ganz, ganz viele Gründe, aber so der größte oder für mich wichtigste Punkt ist einfach, dass sie so irrsinnig fürsorglich ist, nicht nur für mich, sondern für die ganze Familie. Wir sind eine große Familie, dementsprechend viele Enkelkinder und sie gibt einfach wahnsinnig viel Wärme und Liebe an uns ab und ich hoffe, dass ich vielleicht später irgendwann mal so ein bisschen bin wie sie und deswegen inspiriert mich sie schon sehr, schon seit Kind auf und wir glaube ja immer so bleiben. Ich glaube eine Familie kann immer inspirieren und ich glaube bei Familie kann man sehr, sehr viel lernen und das ist glaube ich auch als Kleinkind die erste Sicht, wo man sagt, okay, da schaue ich hoch, so möchte ich vielleicht werden oder den Job würde ich gerne nachgehen. Ich glaube Familie steht da als erster Punkt ganz oben und ist glaube ich der erste Punkt, woran man sich im Leben auch orientieren wird. Speziell in den letzten Jahren durfte ich sehr viele starke, beeindruckende und für mich inspirierende Frauen kennenlernen, die sich für Chancengleichheit und Gleichstellung einsetzen und auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Berufsfeldern durch ihre Sichtbarkeit Rollenbilder aufbrechen und andere Frauen dazu ermutigen ihren eigenen Weg zu gehen. Und wenn ich eine Frau in meinem Leben hervorrufen darf, dann ist das in diesem Fall sicher meine Mama, weil sie hat sich in den 80er Jahren ein Mädchen gewünscht. Ich habe gesagt, dann kam ich und aufgrund ihrer Einstellung hat sie mich in meinen Interessen bestärkt. Ich glaube, es war damals sehr unüblich, dass ein Mädchen Fußball spielen wollte. Sie hat aber gesehen, dass mir das Spaß macht und mir das ermöglicht und insofern sitze ich heute hier, weil ich nur durch ihre Einstellung gegen vielleicht gesellschaftliche Normen mir meine Freiheiten zu lassen, auch diese Leidenschaft zum Fußball, diese Faszination Fußball auch für mich entdeckt habe und heute sehr glücklich bin in dieser Position sein zu können. Die Person, die mich in meinem Leben am meisten inspiriert und immer inspiriert hat, ist meine Mutter. Einfach durch die Art und Weise, wie sie durchs Leben geht, die Werte, die sie vertritt, wie sie sich Herausforderungen entstellt und einfach die Einstellung, diese positive Einstellung, die sie jeden Tag extrem lebt und uns Kindern immer vermittelt hat. Also ich habe viele Vorbilder. Einerseits natürlich meine Mutter, die damals aus Bulgarien mit meinem Vater und einem kleinen Kind und einem Koffer voller Windeln nach Österreich gekommen ist und einfach alles das hier aufgebaut hat, was wir jetzt haben. Andererseits jemand wie Rosa Parks, die damals den Aufstand aufgezettelt hat, indem sie als dunkelhäutige Frau nicht für die Weißen in der ersten Reihe im Bus aufgestanden ist und dann erst dieses so richtig die Bewegung kam gegen den Rassismus. Und ja, generell einfach glaube ich, alle Frauen, die gekämpft haben für das, was wir jetzt haben, die ihr eigenes Leben riskiert haben oder heute immer noch riskieren, so wie im Iran oder in anderen Ländern, wo die Gleichberechtigung noch nicht so weit ist. Und ich glaube, alle diese Frauen einfach, die sich für uns, für sich selber und für die anderen einsetzen, damit wir weiterkommen in unserer Gesellschaft. Die sind alle große Vorbilder für mich.